Hey, Internet und YouTube. Zurück bei Skyrim. Kann ich euch helfen? Ich glaube so. Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Ah, Potema, die ehemalige Königin von Einsamkeit und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Kein Problem. Sie war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. Schön. Ich will aber nicht lesen. In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht von den Toten aufzuerstehen. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen. Die Begierig darauf warten, ihr zu dienen. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Vor einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Sicher? Gut. Durch eure Anwesenheit bei der Beschwörung wurde eine Verbindung zu Potema hergestellt. Diese Aufgabe könnt nur ihr erledigen. Ich kann euch mit ihren Schergen helfen. Was Potema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Arkai gereinigt wird. Ich verstehe keinen, der hingerichtet wurde. What? Eine seltsame Gestalt. Unbeugsam böse und gemein. Natürlich. Aber dabei verblüffend brillant und offenbar gegen Ende eine sehr gute Totenbeschwörerin. Es hat nicht viel gefehlt und sie wäre Kaiserin geworden. Doch trotz ihrer Intrigen hat sie es nie ganz geschafft. Würde sie heute noch leben, wäre sie die einzige noch lebende direkte Nachfahrin von Septim. Ironischerweise wäre sie dann die rechtmäßige Kaiserin. Krackneuser, sorry, mein Freund. Warum habe ich überhaupt keinen Untertitel? Bam, 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 bam. Ähm. Aha. Klick, 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 sorry. Sorry. War hier noch irgendwas? Ja. Ne, ich habe alles unter Kontrolle. Soll ich da einen Gustopf stehlen? Einfach weil ich gemein und hinterhaltig bin? Okay. Wir beide müssen einfach hier gleich ums Eck, oder? Komm mit, meine Gute. Ja. Mein Sprintknopf ist wieder nicht belegt. Ah, wunderbar. Ist ja echt super. Hoppala. Die Giftdrüse aktiviert. Sorry. Jetzt gehe ich wieder raus. Selbstverständlich wollte ich ja. Weil... Ich weiß nicht. Wir gehen wieder rein. Oh, Jesus Christ. Ich kann nicht wahr sein, oder? Wo ist denn dieser blödsinnige, blöde Tempel? Wo muss ich hin? Kann mir irgendjemand sagen, wo ich hin muss? Jesus Christ. Möge die Weisheit eurer Göttlichkeit uns durch unsere täglichen Prüfung. Ich brauche das Licht. Das schickt mich... Warte, ich habe Schicher wieder was... Schicher. Schicher wieder was markiert hier, oder? Nein. Was ist denn hier los? Aber manchmal glaube ich, dass es noch Wichtigeres gibt. Was könnte wichtiger sein, als den Gebeten der Gläubigen zu lauschen und die Fragen der Fromme zu beantworten? Herren, die Bürger von Einsamkeit sind... Aha! Na, Gott sei Dank. Halleluja. Das war ja ein Rätsel. Meine Güte. Die Katakomben. Jesus Christ. Ich habe es gefunden. Gott sei Dank. Huch. Ganz ruhig bleiben. Entspannt euch. Das war gefuchst, meine Güte. Justus. Äh. Hey. paar Mal. Seht in die Nähe. Uh. What are you doing? Nothing. Oh Gott. Potemchi. Potty. Boah, mein Herz. Der Held, der verhindert hat, dass ich gebunden werde, kehrt in meine Herde zurück. Ich habe euch viel zu verdanken, Wölfchen. Wenn ihr sterbt, werde ich euch wiedererdecken, damit ihr euren Platz an meiner Seite einnehmen könnt. Der hat die gleiche Stimme wie meine Frau. Ich habe schon noch früh genug, die in den Wien wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. War der 5 zuerst vor dem Wien? Hallo! Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe? Greff an! Ein Schlag und finish him! Das wird euch eine Lehre sein. Ja, das war ja auch ich meine Gute. Wer nachwacht wird zu einer richtigen Platten. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Da sind deine Freunde. Wer ist da? Deine Freunde sind hier. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe? Und wer ist hier? Hört auf zum Zaubern, meine Energie! Die kotzen mich an, du. Ich sag's dir, bla 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 bla. Zaubertränke. Nein. Nein. Dankeschön! Was gibt's hier noch? Du kotzt mich an. Hör auf hier zum Zaubern, echt. Wahnsinn! Das ist ja brutal. Muss ich gleich wieder... Na, Gott sei Dank mit Finisher! Puh! Brutal, gib mir... Oh, den Diamant. Danke. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du mich heilen? Ich brauche einen Trank. Was ist das? Warum habe ich es genommen? Ich wollte es... Ach, verdammt nochmal! Diese Gier! Du hast dich ganz schön verändert. Okay. Ich habe keine Heilungstränke mehr. Hu, hu, hui, schon wieder. Komm, gib jetzt mal nicht zu ahnen. Jedes Mal das Gleiche mit dir. Hebel, F5, Hebel und F5. Die Kurzfassung von Skyrim. Kommst du zurück? Das war aber nur für kurze Dauer. Oh, no, da ist wieder so ein blödsinniges Vampir-Dingens. Mach du das. Ich komme hier nicht hoch. Warte, warte, warte. Dann komm runter. Ja, ich bin noch dabei. Warte. Warte, 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 warte. Ich helfe dir. Ach, du bist Serana. Ich habe dich verwechselt. Wie konnte das passieren? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe voll gedacht, du bist. Ja. Bleib hier. Stopp, 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 stopp. Vampir-Nacht-Pirscher. Oh, Mann, das machst du. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Zieh mir immer ab, die Energie. Das ist ja zum Kotzen. Oh, shit, au. Komm her. Serana. Jetzt komm her. Du musst mir helfen. Bleib, geh weg vom Tisch. Also. Komm, geh voran. Geh voran. Geh voran. Geh voran. Du auch. Achso, ich dachte, du wärst blau. Ah, du bist's hier. Du bist nicht gut. Du bist ein Böser. Okay, jetzt. Fünf. Töte sie. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Du ziehst kaum Energie ab. Ich würde nicht so angehen an deiner Stelle. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das könnte noch Stunden dauern. Sie verspottet dich. Machst du auch mal wieder was? Und ihr sagt, ich hätte nur ein schützes Gesicht. Na, ich zu mir hochschauen. Oder, warte. Ich lege sie ab. Genau ins Gesicht. Wunderbar. Jetzt machst du sie fertig. Da passiert gar nichts mit ihrer Energie. Hopp. Und Finish. Schinken. Es tut mir leid, Schinken, aber das dauerte mir zu lange. Ich wollte dir ein bisschen hier Showroom geben, aber... Woher seid ihr gekommen? Das ist... Au! Shit! Ach, hier. Oh mein Gott. Ja, kümmere dich mal drum. Aha! Brauche ich überhaupt... Nein! Oh Mann, welche Handschuhe habe ich denn hier? Au, 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 au. All right. Hier ist ein Hebel. Und alles wird gut. All right. Ich müffle ganz schön. Hätte ich jetzt auf irgendwas aufpassen sollen? Ich renne hier einfach durch, oder? Sobald hier... Sobald hier... Die Möglichkeit dazu besteht... War hier nicht eine Öffnung? Hallo? Genau. Dankeschön. Bin durch. Yes. Yes. No. Yes. No. Aha. Loading Screen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke. Bis zu... Zen. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.